hey leute willkommen zurück zu wolfenstein die old blood noch mehr kanonenschuss das gut ach guck mal hier da muss ich hin da kann ich leider gar nicht drauf schießen was mache ich denn da da ist eine klappe der lieber herr jäger versteckt sich nämlich irgendwo aber das doch noch nicht alle jetzt waren es alle das beim letzten mal ich hätte ihn erwischt also alle erwischt hier hallo na steckst du dich etwa irgendwo hier alter schwere die blutigen hand abdrücke schwein was hast du hier gemacht hast wahrscheinlich doch ganz andere leute auf dem gewissen ja warte mal jetzt habe ich eigentlich die möglichkeit noch heilung zu sammeln oder das wird nicht reichen jetzt tickt die schon so schnell runter wieder eieieiei das ist so ärgerlich ist wieder nur die 250 250 250 prozent gesundheit mensch ne weil ich will nicht mehr schaffen ist hier noch ein geheimnis versteckt nein auch nicht leider na gut jetzt habe ich die klappe ach das ist ein geheimer bereich na toll wo ist der kerl denn jetzt sag mal er hat auf jeden fall noch gelebt eben als ich ihn gesehen habe so da geht es warte ich mache ihm nochmal die augen zu ich habe mich aber das letzte mal geschlossen und bin leider gestorben mir leid dass ich dich nicht retten konnte ja scheiß hund hat ihn noch angeknabbert kann man einem hund auch beibringen menschenfleisch zu fressen also das ist so abartig den habe ich bestimmt nicht das letzte mal gesehen den lieben herrn jäger der kommt nochmal kinder glaubt mir das schaffst du das billy ball aber mit links da war hier echt nur ein unterwäsche kapitel 4 flucht ok warum hat er sich nicht schon längst Klamotten besorgt irgendwo ich meine unserem unserem kollegen hier haben sie ja auch noch die sachen gelassen seine uniformen, seine gefälschte ja ja sind wir denn jetzt oha verdammt ich sehe hier niemanden das ist schon verdammt cool hier oder? ja auch ganz schön unheimlich irgendwie ich sehe aber auch keinen gerade keinen einzigen gegner ach das ist die seilbahnstation sieh mal an die hier mit der seilbahn das ist guter plan ich echt niemanden sehe nicht einen das ist bisschen zu auffällig oder? na gut das war einer zugegeben kein der aufmerksamer Mist der ist wieder genau über uns ne? ich liebe das wenn die genau über uns sind und man nicht direkt drankommt erst mal gucken muss wer da noch alles rumläuft im weg aha oh scheiße oh scheiße jetzt hat leider noch keine tesla granaten für die jungs oh 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 okay Ach du Scheiße, ist das ein anderer oder war der jetzt so schnell da drüben? Bisschen gefährlich hier mit den großen Kerlen. Oh Gott! Das war sehr clever. Ich weiß nicht wo er ist. Oh, unter mir ist ein Geheimnis. Na? Bist du Bursche? Ich geh jetzt da rein. Bin doch egal. Arschbacke. Und tschüss. Da bin ich aber nicht gerade in Sicherheit. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte doch nicht selbst, dass ich jetzt rauskomme, oder? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Versuch's doch. Oh nein. Oh Freunde, es langt jetzt mal ein bisschen, ja? Ich bin hier drinnen von allen Seiten beballert, leider. Hoppala. Oh nein. Oh nein. Jetzt sagt er, er muss nachladen, dann schießt er nochmal. Du blöder Penner. Ich warte noch ein bisschen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh! Ich werfe Granate! Nachmacher! Oh nein! Wie kann ich denn kommen? Ich muss eigentlich so schnell da raus. Dann habe ich es schon. Ich werde das doch nicht überleben, wenn ich jetzt da raus renne. Eigentlich schon. Warte mal, wenn ich es jetzt auf dem Weg mache. Ich weiß gar nicht, dass ich hier bin. Ist ja lustig. Oh komm, ich mach mal ein bisschen mehr Heilung. Ist hier noch was? Ja, ich pot 250. Komm schon. Heilung, Heilung, Heilung. Mehr, mehr, mehr. Ja. Try it. Oh Gott. Ist er tot? Ja. Ja. Er ist tot. Okay, jetzt kann ich gehen glaube ich, oder? Nein, da ist noch was versteckt. Und noch Sprengpatronen. Sehr schön. Huh. Ja. Ja, wir haben es, hm. Ja. Tal war's Gold? Ihr Schweinebacken. Habt ihr das jetzt endlich mit mir, ja? Habt ihr gemerkt, dass ihr mich nicht aufhalten könnt? Blasco ist nicht aufzuhalten. Raustregel. Wenn man die beachtet, dann ist es gut. Ja, ja, gut. Geh mal. Hier noch was? Nö. Oh, meine Güte. Kinder, Kinder, Kinder. Das ist aber ein bisschen stressig hier alles, ne? Herausforderung freigeschaltet. Okay. Herausforderung hat sich immer so... Oh, nein. Fantastisch. Da kommen jetzt bestimmt gleich meine Freunde rausgestürmt, ne? Oh, ja. Hört mal da. Der Windstrom hat geschaltet. Ich muss ihn wieder anwerfen. Ich muss ihn wieder anwerfen. Ja. Cool. So, wie mache ich jetzt den Strom wieder an, ist die Frage? Äh. Ah. Sag ich, soll ich jetzt irgendwo hier rausklettern? Mach ich doch gerne. Nichts macht mir jetzt mehr Spaß, als hier runterzuschneiden. Ey. Okay. Oh, nein. Genau. Er ist klar, mit dem Rohr... Ohne Sicherung. Ich meine, wenn ich nur ein bisschen zur Seite abgerutscht wäre, würde meine Hände jetzt Matsche. Also was heißt Matsche? Die werden komplett zerschreddert durch das Stahlseil. Soll ich verraten? Willst du hier oben Verstärkung haben? Wer jetzt nicht schon oben ist, der wird nicht so schnell herkommen, mein Freund. Legt Alarm. Ja, mach du mal. Ist okay. Legt hier alles in Schutt und Asche. Oh, scheiße. Oh, wie er einfach mal zerplatzt wieder mal. Dieses zerplatzen der Gegner ist so böse. Ja. Okay, Strom an. Oh nein. Kommt schon der nächste Trupp, ha? Da. Ist jetzt ruhig hier drin. Wie soll es immer wieder kommen und sich zerschießen lassen? Ihr lernt es auch nicht, ne? Ja, wie komme ich denn jetzt wieder runter? Mit der anderen Seilbahn? Ah ja. Die fahren halt nur einseitig, ne? Oh, scheiße. Das wird die Jets. Oh, kacke. Oh, die verursacht wird. Die haben wir schon gesehen. Oh. 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 Oh, ne, kacke. oh nein oh ja scheiße las' es kommen oh weg da oh Gott da geht's raus, komm schon halt einfach noch hardcore am Leben ist der Kerl der ist aber ein Kuh der Kuh war nicht so der Clou oh guck mal wie viel Zeug es da noch gibt ein streudender Hund, der erledigt werden muss ist aus dem Kerker ausgebrochen und hat eine Menge Ärger verursacht aha einer von Helgas Irren ich glaube nicht, aber verrückt ist der so viel steht fest aber mich wird er nicht überraschen das sag ich dir nö ne wird er nicht ach du, der Verrückte, der schafft doch nicht dich zu überraschen oh warte okay ah Powerslide war das ich wünschte hier noch andere Waffen mit Schalldämpfer das macht irgendwie immer ein bisschen Spaß die Leute wegzusnipern oder halt generell weg zu Island sind oh Gott ich seh überhaupt von hinten oh nein kann ich nicht wow dieses scheiß Drohne ich hab die Karte sehr gut böser Kommandant das ist nicht okay einfach so Alarm schlagen hast du davon was übersehen so wie geht's denn jetzt hier weiter da ah guck mal hier könnte ich auch noch hochklettern gut so hätte ich es jetzt wahrscheinlich richtig stealthy machen können aber ich meine wer muss das schon ne jetzt hätte ich so als würde ich sie auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad spielen hey wenn man da ein bisschen rein rusht und einigermaßen trifft ist es alles machbar hier alles klar Leute ich mach mal Schluss hier danke wie immer fürs Zusehen wäre cool wenn ihr das Video bewertet und einschaltet zu Wolfenstein the old blood wir sehen uns ciao